Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eine neue Squad-Bilder war uns auf dem Kanal und heute eine Team in der Viertal Variante diese ganzen Zweiher da. Damit kommen wir ein bisschen durcheinander, aber hier seht ihr die Formation, ja im Hintergrund schon. Aber wir starten erstmal mit dem Keeper und das ist Jose Reina, der Spanier, der letztes Jahr noch beim FC Bayern unter Vertrag stand. dieses Jahr bei Napoli und ja, dann haben wir ihn auch hier gleich im Team mit seiner Körpergröße von 1,88 Meter ist er auf jeden Fall ganz gut dabei als Keeper hinten und holt die Dinger da so wieder raus Rechtsverteidiger in diesem Team ist Rafinha, der Ex-Team-Kollege von Reina von den Werten her sieht Rafinha jetzt man sieht das wirklich nicht gut aus, aber er lässt sich wirklich echt ganz gut spielen ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal ausprobiert habt aber ich finde, er ist irgendwie immer da, wenn man ihn braucht und die Grätschen kommen und auch sonst ist er relativ solide da hinten, der erste Innenverteidiger ist Javi Martinez 52 Pace das ist das erste, was da bei ihm wahrscheinlich einem in die Augen sticht aber das ist FIFA 16 Leute ihr braucht kein Pace mehr hinten man kommt wirklich super klar mit dem Javi Martinez klar, vor allem weil er 1,90 Meter groß ist und so ein Tier in der Luft ist, er kann Grätschen er kann, ja hier seine 84er Defending Stats auf jeden Fall Javi Martinez ein sehr, sehr guter Innenverteidiger und daneben steht dann Antonio Rüdiger um das Pace ein bisschen gut zu machen nochmal hier einen Innenverteidiger mit 80 Pace reingestellt 76er Defending und auch 1,90 Meter ist er groß, also da zwei richtig große Tiere drin, der eine ist schnell, der andere ist relativ langsam, aber das geht auf jeden Fall klar, dann Dirkne, der Linksverteidiger, der Franzose, der letztes Jahr noch bei Paris spielte, jetzt bei der Roma aktiv und 75 Pace, 76er Defending und 1,78 Meter ist er groß, nicht ganz so groß wie die Innenverteidiger, aber auf jeden Fall 1,90 Meter. der Lieder Linksverteidiger, der da seine Sache hinten gut macht dann der erste der beiden Sechser ist Javi Garcia ja und Javi Garcia ist jetzt eher der, der die Abwehr unterstützen soll, der hinterkommen soll, der das Ding dann abrollen soll, man sieht ja auch mit seinen 80er Defending Stats und 86er Physikern, dazu noch 1,85 Meter ist er groß, nach vorne ganz so, aber hinten macht er alles fest, solide stellt er da die Gegenspieler schon vor der Abwehr zu und der andere ZDM, der ist dann eher für die Offensive ein bisschen gedacht, um das Spiel zu machen, 85 passen hat Borja Valero, gutes Dribbling auch noch dazu und der kann dann eher ein bisschen besser schießen, als das die Fenden, also ich denke mal so eine gute Mischung da, bei den beiden Sechstern auf jeden Fall, dann Roman Eremenko, der ZOM von ZSKA Moskau, ja, sieht eigentlich richtig gut aus, 1,85 groß, Hoch, Hoch, Arbeitsrat, 4 Sterne Skills, 77 Tempo, 77 Schuss und 83er Passwert der andere ZOM auf der anderen Seite ist Koke, jetzt halt nicht mehr auf der Außenbahn aktiv, sondern er ist in der Mitte ZOM, ja, 85 passen, das ist natürlich richtig krass für den Kerl und so ist er auch relativ stark, leider hat er keine 4 Sterne Skills mehr, aber auf jeden Fall, die 85 pass werden überzeugen bei ihm, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Dumiya, ja, da sagt einer mal, Dumiya wäre nicht mehr OP in FIFA 16, ihr seht es genau hier, 2 Spiele, 4 Tore und eine Torvorlage, der Kerl scheint doch noch OP zu sein, auf jeden Fall trifft er das Tor noch, 4 Sterne Skills hat auch er, er ist schnell, kann ja noch gut schießen, auch wenn er ein kleines Downgrade im Gegensatz zum letzten Jahr bekommen hat, ist er 1,79 groß und macht er seine Sache vorne richtig, richtig gut und da er dieses Jahr auch nicht mehr so viel kostet, ist er schon am Anfang für viele zu holen. Ja, dann der letzte Spieler in diesem Team und der zweite Stürmer ist Rodrigo von Valencia, der Spanier mit 84 Pays, 1,81 Meter ist er groß und auch er hat die 4 Sterne Skills. 2 Tore hat er in 2 Spielen gemacht, dazu noch eine Torvorlage und ja, hier seht ihr jetzt das Team, sieht auf jeden Fall ganz nice aus, ist symmetrisch korrekt NLW, wenn euch das interessiert, sieht auf jeden Fall richtig nice aus, wenn es euch gefällt, lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wo ihr von uns sehen wollt und wenn ihr das Team ausprobieren wollt, probiert es einfach aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao!